die könnte doch für uns das cobblestone zu diesem achtfach gepressten cobblestone machen oder nicht das könnte man machen haben wir einen cobblestone eingang hier irgendwo also vom generator kann man leicht machen ja warte mal aber das ist wir haben noch nicht mal annähernd genügend wir haben wir brauchen eine million oder so ja wir können auch mal eine baumfarm übrigens gebrauchen das ist schön und ich überlege gerade nehmen wir jetzt hier das fluix dust von nether, sirtis und redstone für zwei und sirtis mit raw plastic für vier ja, mit raw plastic, oder? ist ja besser wenn wir genug haben ja davon können wir ganz schön viel holen so ein quartz glas müssen wir glaube ich nicht unbedingt machen die ideen haben wir schon hier oben dran, ne? wir können doch einfach von diesen cobblestone generatoren mal 64 stück bauen kann man nur drei oder so oder zwei, ja? voll wenig ja, sorry, sorry übrigens ist hier noch ein bisschen Ardite drin, das hätte ja niemand rausnehmen können und noch ein bisschen Resonant Ender, das ist voll super aber Ardite wird sich glaube ich mit Elomite eh nicht stoßen, ne? äh, Ardite und Elomite, ne? dann kann ich hier jetzt einfach mal Ardite drin produzieren ist ja so, wenn man das einfach in die Smattery packt, oder? hm boah, das möchte ich aber nacheinander, ne? ja alles mal Eisen da rein äh, wenn ihr übrigens recht, die dann kurz Zeit hat, so ein crafting monitor hört ganz gut ja, der wär nicht schlecht ja, ich mach Quests momentan bin ich auch noch beschäftigt ähm, Quests fertig oh, schon wieder? hm ihr könnt eigentlich alle die Rewardback nehmen wo denn? bei Bienen ah, klar, du bist ja bei den Bienen am Arbeiten hm ach, die Elviary ah, du hast die wär aber auch nicht schlecht das heißt, du hast die Sachen gemacht, die ich noch nicht eingegeben hab hm, den Fan und den Heater ja, eben, weil der war ja nicht in den Backs dabei ja, Elviary-Blocke haben wir genug, also Rewardback ja, wir haben zwei Stacks davon, aber die ist auch nur greater oder ja, dann können wir mehr davon bauen von diesen Bolten da das andere Zeug, die Drohnen und so, könnt ihr mir ja hinterbringen yay, Blackberry, äh und wegschmeißen, so auch in die Kiste einfach packen bei dir? nein einfach irgendwo reinpacken, ich sortier's dann schon äh, wo ist deine Kiste hin? ach so, du bist ja da drin? ja, ja, ja ja, ja, ja ja, ja, ja ich hab mir auch grad aufgefallen, wie es hier da hinten ist maau was? ach so, die Katzen mhm, jedes Mal wenn man an den blöden Viechern vorbeiläuft was ist hier eigentlich? die Herzen könnt ihr mir geben, ne? oder wir in die Kiste legen ja, ist in der Strongbox Frank, dein Herz ich hab mir dein Herz ich hab mir dein Herz ich hab mir dein Herz warte, ich glaub, das hab ich verloren ach ja, schon, okay, dann, 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 dann okay ah, ja, das liegt wirklich hier wow, da liegt ja schon einiges drin das ist cool ja, das sind alles die Sachen, die ich brauche eigentlich nur noch mehr habt ihr noch eure Herzen oder liegen die mir im System? wir brauchen nämlich noch die Herzen liegen auf dem System nur auf dem Server ja ich bin am Server ist was? oh man sollte ich das verstehen? eigentlich schon warum? mein Herz hochgeladen keine Ahnung, was lustig ist du hast aber auch nicht gelacht ja, aber das ist meine Sicht auch schon alt ist dann hab ich es ja für akustisch anscheinend nicht verstanden egal, es interessiert mich auch nicht mehr ja ach so, Staub brauchen wir genau mhm das sollten wir übrigens auch mal automatisieren Staub, Sand ich glaub zu Clay, oder wie? ja, Staub und Sand und so ich glaub Staub ist ja auch eine Horting Quest, oder? glaub nicht ich ah ne, Staub nicht aber soll ich sein so, und wir werden zwei strotten Barrels nochmal finden dann halten wir noch eins mit Wasser kein Jahr es regnet gerade, also sollten sollten wahrscheinlich bei mir beim ähm bei meinem Magiebereich vier Barrels stehen, die langsam voll sein dürften beim Magiebereich? ja ja warum auch mal du hier Barrels stehen hast damit ich da noch keine Wassersauce hinsetzen muss, wenn mir das zu anstrengend war und ich Barrels grad noch da hatte und ich Barrels grad noch da hatte bap 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 Presse so selten wie ich grad das Teil benutze sind die eh immer voll gut jetzt auch eigentlich eins gezahen so wenn wir das ganze automatisieren machen wir dann mit einem anderen Array die Automatisation die Automatisieren die Automatisieren die Automatisieren äh Maschinen achso ja die kann man ja wieder unten einsteuern ja Obsidian schmerzt du verdammt langsam Arrx versteh ich gar nicht Obsidian ist ja nur ausgehärtete Lava mhm es wird natürlich nicht wieder zur Lava sondern zu zu Obsidian Obsidian es war ja schon Wasser drin deswegen und da das Wasser ja nicht rausdampft sondern drin bleibt ist flüssiges Obsidian das nennt sich Logik ja oh ganz viel Silizium da freut dich einer du klaust dir das einfach boah du brauchst doch eh nicht mehr du brauchst doch eh nicht mehr ne jetzt nicht mehr da siehst du das 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 ist die 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 da brauchen wir glaube ich nur 500 Redstone äh 5000 wir brauchen wir brauchen mal 50.000 Buckets nein das sind Mini Buckets glaub ich glaubst du ja ja warte mal schauen wir mal bei den Fischen warum steht das bei den Fischen weil ich es einplatziert hab weil bei den Hühnern nicht mehr so gut geht du meinst bei den Austern ja und dann da beim bei der Sieve oder beim Sifter oder nicht das normale sondern das für die Fischköder ok hier steht kein QES ach doch da da ja äh leck scheinlich wieso lecken ganz ungesund tja was so rein theoretisch macht es eigentlich einen Unterschied wo wir die Autocraftingmaschinen hinpasteln pasteln 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 also 500 Redstone einschmelzen yay ist ja nichts ich wollte sagen ist ja gar nichts ja ist ja auch eigentlich gar nichts wir haben ja noch irgendwie 6 Decks Neterohr einfach so da rumliegen oder so ja ich mach das mal also wie viel war ein Stück 16 oder 24 meine ich 36 glaube ich sogar oder oder 24 ich glaube 24 das heißt wir haben noch 6 mal 64 mal 24 Redstone alter alter das ist ein bisschen weich ganz knapp also in der Kiste hier haben wir einen kompletten Stack an Nether Redstone Ore plus 7 Stück und äh fast 2 Stacks Redstone Ore ist immer noch genug war echt locker mehr als genug haben wir noch Hoppe oder sind die automatisiert ja Kuckuckkuckkuck! Nee warte ach ja Ah sehr cool da hast du gleich ein Stack gemacht Ich mach immer gleich ein Stack wir haben so viel Ne das ist das ist cool das find ich echt cool Jetzt glaub ich von allen nimm ein Stack! Ich mach jetzt auch von den Ikenas Extruder mach jetzt auch einen Stack Ja warum nicht ne? Dann könn wir mal hier schön die Cobblestones farmen ja da kann man dann vielleicht auch eine automatisierung für sand machen doch mal ja genau genau alles ach wenn nur fluidbusses natürlich warte mal kann man nicht die block of redstone auch reinlegen und dauert es vielleicht nicht so lange ja geht auch oder nee es bringt ein 900 mini bucket ne passt doch passt doch ja ja warte ich bin grad an kalkulieren wie viel wir brauchen gut so viel brauchen wir genauso ja ja ich wandle es gleich um könnte es nicht verrechnet haben weil da jetzt was runter geflossen ist in den hopper ne ne ich habe nicht gezählt okay hast du energie ja wunderbar wobei ich glaube der schmilzt doch länger ne kann das ja der schmilzt ein bisschen länger und benutzt mehr rf aber ist eigentlich klüger das so zu machen ja weil elf haben wir ja genug einen e-cable mehr boah frank hast du den im inventar bitte was ein e-cable ein e-cable habe ich hier noch 23 in der kiste hier oben ich kann aber auch mehr bauen aber dazu brauche ich ähm raw plastic ja hast du schon richtig gehört also ist effektiver als mit glas ja gut ok ja ich habe auf plastik ehrlich gesagt keinen bock ja sollten wir auch mal automatisieren ja unbedingt wenn es überhaupt möglich ist ja ja ich weiß nicht ob die bäume funktionieren ach gut die bäume klar funktionieren ja so jetzt ist zwar die drive komplett zugestellt aber Wayne oh ok anscheinend habe ich mich doch ein bisschen verrechnet mhm zu viel oder zu wenig wird zu viel oder zu wenig nein das ding ist das ist alles schon reingeflossen ohne dass das ding ausgewählt war die quest ah ok ne ist doch noch oben schön ja das sind aber nur 55 blocks das ist mehr als 55 blocks achso das war 5 mehr redstone ok ja frag wie das war jetzt zu viel oder wird nein 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 ich brauche noch 5 redstone 5 einzelne redstone achso achso ja das geht ja relativ schnell mhm ja machen wir mal den kleinen grauen zuerst doch einfach mit oben rein ja dann kann man den hopper hier wieder abbauen das hat es einzuschmeißen wird so ewig dauernd Äh... Ach, ich kann die einfach hier reinlegen. Ah, okay. Werden die dann eigentlich alle einzeln hier reingelegt mit dem Hopper? Bei was? In die Smeltery. Ich glaube auch. Kiste Hopper Smeltery liegt hier ja so. Hm. Ich hab' mal schauen. Oh, ja. Okay, das andere Zeug, das ist nicht mehr so einfach. Okay. Leider. Ah, da finden wir schon noch was, was einfach geht. Ja, Milch könnte man noch machen, 16k Buckets. Kann man vielleicht so'n Milker benutzen. Mhm. Ah, genau. Blazing Pyrosium geht auch. Das können wir auch machen. Mh, naja. Kann man machen. Theoretisch. Mh. Endstone. Das sind nur 1000, sag' ich jetzt mal. Ist das nicht auch in der Smeltery? Ja, mit, äh... diesen Ender-Dings, mit dieser Enderflüssigkeit und... Ich glaub' Obsidian. Ich muss aber leider noch einiges schmelzen hier, bevor du hier ran darfst. Ich will jetzt auf keinen Fall 1000 Endstone noch einmal schmelzen. Und da haben wir genug Zeug, glaub' ich. Erde? Oh, ne, lieber nicht. 100? Ach du Scheiße. Ich hab' den Monitor. Ich hab' den Monitor. Mh, wenn ich noch einen Prozessor... Soll'Au. Gut, dann sehen wir jetzt auch, was das Autocrafen-System-Mod macht. Braucht mehr Silizium. Na, 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 na. Wer macht jetzt eigentlich grad' was? Ich mach' grad' Blazing-Puritorium. Ich mach' ganz viel Alamite. Kümmer mich noch um die Igneous Extruder. Okay. Kann man diesen Redstone-Furnace nicht irgendwie beschleunigen? Boah, Megaspeicher, ne. Lastercraft konnte das. Aber das haben wir nicht. Ja, oder?